Hi Edi! Hallo! Wir haben heute mal ein etwas anderes Video für euch. Und zwar haben wir bei einer Aktion mitgemacht, die nennt sich Secret Valentines. Und da ist das so, dass man zufällig eine Person zieht und man schickt der ein Paket, aber die Person weiß nicht, von wem sie das Paket bekommt. Und wir haben auch ein Paket bekommen und wissen nicht, von wem. Und das ist irgendwie total aufregend, weil wir weder wissen, von wem es kommt, noch was da drin ist. Ich bin schon gespannt. Ja, sowas haben wir halt noch nie gemacht und irgendwie dachten wir, das wäre ganz cool, da mal mitzumachen. Genau. Und wir haben auch ein Paket verschickt und zwar an die liebe Carolin. Wir können euch ihren Kanal nochmal in der Infobox verlinken, denn dann könnt ihr ja auch nochmal gucken, was wir ihr so Schönes geschenkt haben. Ja. Auf jeden Fall hoffen wir, Carolin, dass du dich über unsere Auswahl freust. Das war so ein Waldienstagspaket mit ganz viel Schminke und alles war rosa und schön. Genau, passend halt zum Motto. Ja. Und vielleicht können wir euch auch nochmal die Seite verlinken. Die kommt nämlich von Sponsorkid. Die haben die ganze Aktion gestartet und da werden dann alle Videos von dieser Aktion gepostet. Vielleicht seid ihr dann so im Fieber drin und wollt euch das mal alles angucken, wo wir anfangen. Ja, legen wir los. Oh Gott, ich war aufgeregt. Also das Paket ist schon mal ziemlich groß. Also wir wissen doch gar nicht, was da drin ist. Oh Gott. Und das kommt von Stefanie. Ja, Stefanie. Oh, mal gucken, was sie uns so geschrieben hat. Oh Gott, da ist schon gleich eine schöne Karte drin. Ja, die ist wirklich hübsch. Für Carina und Melina. Rainbows and Fairy Tales. Ja, möchtest du vorlesen? Die sieht ja richtig toll aus, oder? Mit so Rosen drauf. Ich hoffe, man kann das erkennen. Ich glaube, das ist so Fotopapier. Ja, war schön. Okay, dann lesen wir mal erst mal. Liebe Carina, liebe Melina, ich wünsche euch einen schönen Valentinstag mit euren Liebsten. Ich kenne mich leider nicht sehr gut mit veganen Produkten aus, aber denke, dass bestimmt etwas für jede von euch dabei ist. Liebe Grüße, Steffi vom Kanal Stefflao. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Vielleicht. Wir können den euch mal verlinken in der Infobox, wenn wir ihn finden. Das finde ich richtig nett, dass du daran gedacht hast und ich denke, da wird bestimmt was dabei sein. Und wir gucken einfach mal später, wie wir die Arze dann aufteilen. Ja, wir werden uns schon einigen. Aber die Karte ist echt toll, oder? Ja. Warte, warte, warte. Ich habe eine Handyhülle. Es kommt mir sehr bekannt vor, das Design ist. Ist das dasselbe? Das sieht fast genauso aus, ne? Das ist, glaube ich, echt dasselbe. Wir blenden es euch mal ein bisschen näher ein. Das sieht wirklich sehr, sehr gleich aus. Okay, los geht's. Zuerst einmal ein bisschen Verpackungsmaterial. Oh, darf ich das erste nehmen? Ja, klar, genau. Wir wechseln uns einfach. Oh, wie süß verpackt. Oh, wie süß. Und was ist das? Ist das so Apfel? Ne, es riecht irgendwie... Oh, das riecht so... Oh, wützig. Irgendwie so ein bisschen so weihnachtlich. Voll schön. Auf jeden Fall ist das hier... Oh, da steht auch was drauf. ...eine Puderquaste oder zwei Puderquasten zum Schminken. Und hier steht, ich benutze sie jeden Tag für Puder. Oh, passt sogar. Gleich zwei, wenn ich bin. Ja, genau. Jeden eine. Dann können wir das auch mal ausprobieren. Ich habe nämlich noch nie so eine Puderquaste benutzt. Ich auch noch gar nicht. Und ich benutze halt immer Puder, weil meine Haut natürlich immer mega schnell anfängt zu glänzen. Deswegen, richtig cool. Oh, super. Dankeschön. Oh, sehr gut. Haarklammern braucht man immer. Braucht man immer welche. Braucht man immer, oder? Ja. Oh ja, die sehen schön aus. Die können wir uns aber auch abteilen. Ja, perfekt mitgedacht. Und sie ist dekoriert hier mit so einem, wie nennt man das noch, diese Pse. So, ja, sieht aus wie Washi-Cape und schönes Papier und so. Richtig cool. Dankeschön. Ein Wadensalz. Das mögen wir beide natürlich sehr gerne. Das hier kommt von TT Sepp. Sinnessalze. Zeit für dich. Kann man das riechen? Hibiskusblüten und weißer Tee. Oh je. Oh, ich bin gespannt. Riecht wirklich sehr natürlich. Richtig so nach Blüten, wie so ein Strauß. Oh, das sieht so super süß aus. Ja. Cool. Das kenne ich noch gar nicht. Sind die wohl neu? Auch nicht. Cool. Noch nicht. Dankeschön. Oh, wie lustig. Oh, das haben wir auch verschenkt. Genau das haben wir auch verschenkt. Eine Gesichtsmaske. Das ist ja richtig cool. Stimmt, wir haben genau dieselbe auch mit Himmel. Ich meine, das sieht auch schon so Valentinstags-mäßig aus, oder? Und auch kann man durchreißen für jeden eine. Ja, perfekt. Ist das vielleicht eine Idee, die du hattest? Bestimmt, oder? Ja, perfekt, oder? Ja, Kugeln. Oh, hier sind ganz viele Tees. Oh ja, ich glaube auch mal eine. Mehrere, ne? Ja, cool. Von Alnatura. Schoko Chai. Habe ich auch hier. Oh, wahrscheinlich auch, dass jeder einen bekommt, oder? New York Chai. Okay, und ich habe in letzter Zeit wirklich meine Liebe für Chai Latte entdeckt. Also Chai Tee trinke ich so gerne in letzter Zeit. Oh, stimmt. Wie cool. Ich bin gespannt. Ja, auf jeden Fall. Schokolade. Schokolade kann man auch immer mitgebrochen, sobald ich sage. Ja, wenn du dieses Video siehst, dann sag uns mal, was das ist. Das riecht so schön. Hm, ja, was ist das? Ich weiß, also hier sind solche größeren Knospen. Oder sind das so getrocknete Blüten vielleicht, oder? Vielleicht. Die dann so gelichen. Aber die sind so pink, ne? Oder sind die pink angemalt? Ich weiß. Ja, erzähl uns mal. Manchmal kann man das dann so kaufen in so Tüten. Ja, das möchte ich gerne wissen. Das ist richtig cool, so als Deko, ne? Wer ist eigentlich dran von uns? Ach, ich muss nicht sehen schon gerade was. Ich greife jetzt einfach mal rein. Ja. So lustig. Den haben wir auch. Oder hast du dasselbe? Oder so ähnlich. Bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall haben wir auch einen pinken Nagellack verschenkt. Ja. Also sieht es auf jeden Fall sehr ähnlich aus, aber passt auch wieder perfekt zum Valentinstall. Ja. Cool. Wie nennt sich denn die Farbe? 08 whatever. Also so ein richtig schöner rosa-pink Ton, ne? Der hat auch so einen Schimmer, oder? So wieder einen Schimmer. Voll die schöne Farbe. Immer gut. So, dann habe ich noch einen Nagellack gefunden. Oh. Von Trended Up. Der ist auch richtig schön mit der Farbe. Das ist eine richtig schöne Farbe. So ein richtiger Behrenton. Ja, genau. Also so Himbeerfarben. Das ist die Nummer 270. Und so süß verpackt. Du hast doch mal alles so einzeln verpackte Teile. Oh, voll viel Mühe gegeben. Cool. Die von Trended Up haben ja keine Namen, deswegen muss man immer die Nummern da vorlesen. Ah, okay. 270. Richtig cool. Also da bin ich echt mal gespannt. Für den Herbst zum Beispiel. Ja, ich liebe Behrentöne. Super schön. Hilft bei trockenen Lippen. Oh, das ist immer gut. Haut und Kindercreme von der Marke Kaufmanns. Davon habe ich schon so viel gehört. Das gibt es bei DM. So viele YouTuber immer in die Kamera. Ich glaube ja bei DM. Und alle sagen, es ist so gut. Und ich habe es aber noch nie ausprobiert. Also das nennt sich Haut und Kindercreme. Das habe ich auch noch nie genutzt. Aber die Marke Kaufmanns. Ich glaube, es ist so eine richtig alte Marke. Die ist schon... Also das ist ja keine DM-Marke, sondern eine ganz, ganz alte deutsche Marke. Habe ich noch nie drauf geachtet. Davon sind wir mal gespannt, ne? Cool. Super, danke. Was? Oh, so viel hast du gekauft. Oh man, oh man. Dankeschön. Wie schön. Hier ein Essence 3D Eyeshadow. Die kenne ich auch noch nicht. Kennst du die schon? Die habe ich schon gesehen. Ich auch. Gesehen. Oh, die sehen richtig schön aus. Ja, genau. Also ihr seht jetzt schon, hier ist eine braune, dunklere Farbe und eine hellere, so Champagnerfarben. Richtig schön. Und die schimmern richtig schön und haben auch eine sehr schöne Deckkraft. Oh ja, wow. Vor allem den helleren Ton kann man ja dann auch gut zum Highlighten benutzen, oder? Ja, richtig schön. So im Sommer dann halt, so. Richtig cool. Dankeschön. Cool. Und der nennt sich... Ich bin schon so aufgeregt. Das ist die Nummer 3 Irresistible Choco Cupcake. Oh, wie cool. Oh, wie cool. Die kenne ich noch, als ich ein Kind war. Die? Genau. Da gab es immer diese Badeperlen. Wie cool. Ja. Kann man da riechen? Oh ja, die riechen. Oh, was ist das? Wie süß. Das ist ein Linguin. Cool. Gibt es die auch bei DM? Ja. Die gibt es in so einzelnen Fächern, da kann man dann immer einzelne rausnehmen. Ich weiß noch, als Kinder hatte man die immer. Ja. Dann haben sie sich irgendwann aufgelöst. Das sind echt Kindheitserinnerungen. Ja. Wie cool. Nicht deine anders. Ich muss mal eben austauschen. Aha. Oh, der ist wirklich rosig. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber Melina, da gibt es jetzt leider keine Aufteilung auf den Pinguin. Ich liebe Pinguine. Na gut, den darfst du wohl haben. Ich liebe Pinguine. Cool. Entschuldigung. Ich habe jetzt mein Handy leider nicht hier, aber ich habe auch sogar eine Handy. Oh, ich habe gerade gesehen, ne? Ist das derselbe oder ist das eine andere Farbe? Ah, der ist ein bisschen anders. Ah, ja. Also hier von dem Eyeshadow nochmal in der Farbe 01 Irresistible Fox Trot. Und das soll ich den auch mal eben aufmachen. Ja. So. Es ist sehr ähnlich, aber der, also es ist auch so ein Braunton, ne? So schimmerlich. Und auch wieder so ein hellerer Ton. Ist das so ein rosa? Ja, Lachsfarben würde ich sagen. Ja, genau. Lachs, genau. Ja, richtig schön. Die schimmern auch toll. Wie? Ich finde solche hier am Frühling auch schön. Da hat man wieder alles so schimmerig irgendwie, so mit Lipgloss und so. Ja, dann kann man ja richtig loslegen. Perfekt. Voll das Entdeckungspaket. Ah, das hatte ich schon mal. Ein Schaum. Das hatte ich schon mal. Das nennt sich Blütenregen. Kommt von Alverde. Also Naturkosmetik, was immer sehr gut ist. Sehr gut, ja. Und das hatte ich mal und das macht wirklich richtig viel Schaum, wenn man es so umrührt in der Badebarne. Ist das ganz schön. Ich glaube, das war pink so von der Farbe her. Oh, wow. Das ist cool. Ja. Wir sind ja beide super die Bade-Queen. Bade-Queen. Melina hat mich damit immer ein bisschen angesteckt, weil sie war schon immer so. Ja. Und seit dem Winter irgendwie ist das bei mir auch. Ich bade ja so oft. Du kommst nicht mehr davon los. Das ist echt super. Was haben wir denn noch? Und du bist dann noch raus. Ach, okay. Ich bin schon so gierig. Da ist so viel drin. Oh, wie cool. Ein Lippenstift von Essence. Das weiß ich nämlich schon, weil ich habe auch so einen, aber nicht die Farbe. Ich guck mal eben. Ich finde die Verpackung richtig cool, oder? Wo sieht man denn hier die Farbe? Das ist die Farbe 04 Hidden Secret. Und hier seht ihr nochmal die Verpackung. Das sind nämlich so glossige, würde ich sagen. Oh, schön braun. Die haben immer so einen richtig schönen Glanz. Genau. Das ist jetzt so eine Nude-Farbe, würde ich sagen. Da bin ich ja echt mal gespannt. Weil die sind immer so ein bisschen wie Lipgloss auf. Also den, den ich habe zumindest. Und die Farbe kenne ich auch noch nicht. Oh, cool. Guck nochmal. Ich habe hier auch noch ganz viele Kerzen gesehen. Ich glaube jetzt kommen solche... Ich hoffe immer. Das sind Duftkerzen. Ja, ja. Das wäre toll. Ich greife gleich rein. Vanille und? Ich glaube das ist sowas wie Winterpunsch oder irgendwie so Kinderpunsch. Haben wir andere? Mal schnell austauschen. Ich finde das riecht ein bisschen nach Punsch. Oh, so viel. Cool. Dann danken wir Dir schon mal für diese tollen Sachen. Vielen Dank. Du hättest gar nicht so viel kaufen brauchen. Also wir sind... Wir freuen uns über alles. Vor allem von allem was irgendwie dabei. Ja, an jede von uns gewöhnt. Mit Tee und Kerzen und Bart. Ja. Oh ja. Und jetzt können wir dann auch Deinen YouTube-Kanal verlinken. Ja, genau. Und wenn Ihr möchtet, dann schaut da doch mal vorbei. Wir werden das auf jeden Fall jetzt gleich mal machen. Ja. Ganz mal alle Videos angucken. Ja, ja. Wer uns das geschickt hat, das macht Dir auch voll neugierig. Genau. Und wir hoffen natürlich, dass Du auch ein tolles Geschenk bekommen hast von Deinem Secret Valentine. Und das Video werden wir uns gleich auch mal angucken. Ja. Gut ihr Lieben, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und freuen uns auch auf Euch. Bis dann. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.